Ich bin ja im Jungle, ne? Ich bin ja im Jungle. Was ist hier? Ein leckerer Chip! So, wer ist im Gegnerteam? Mein hat Esglit. Mhm. Keinen, den ich kenne. Dann schauen wir mal. Oh, ich finde einfach, die Farben von Prats sind so schön. Aber wenn du hier so in den Jungle kommst, guck mal. Wie schön das aussieht. Du hörst die Vögel. Hier könnte noch so eine schöne, richtige Pfütze sein, die halt auch so Licht spiegelt. Oh, da ist irgendwie nicht so viel. Aber wir können mal eine Runde duschen. Ich weiß auch gar nicht, wo das hier rauskommt. Also einfach hier so die Map anzugucken, ist ja schon mal... Ist schon schön. Hier sieht das Gras nicht so schön aus, weil hier auch nicht so Sonne drauf fällt. Aber ich finde auch die Schatten, so Licht und Schatten, das ist schon... Man merkt die Unreal Engine 5, finde ich. Das sieht schon echt toll aus. Auch hier so ein paar Blumen am Wegesrand. Was noch geiler wäre... Ähm... Wenn es Wetter gäbe. Das wäre so geil. Stell dir das mal vor. So. Wir knötteln mal hier voll drauf, ja. Und geh den in der Mitte und rechts haben wir einen Drugs. Drugs ist ja nicht so mobil. Die sind schon... Also der... Die sind schon lange gestunnt, muss man sagen. Der Grug steht auch so nah bei seinem Tower. Und der natürlich nicht einfach macht, ihn zu ganken. Und der Gedeon wird auch schon... Ne, ist noch Level 1. Ne, jetzt ist er noch Level 2. Wir schauen mal. Wir gucken mal. Vielleicht können wir den Gedeon gleich ganken. Auf jeden Fall wird unsere Duelang gerade gegankt. Weil da war nämlich einer... Im Jungle zu sehen. So, wir haben noch 20 Sekunden den Silver Buff. Ich würde eigentlich gerne auf den Silver Buff warten. Die haben ein bisschen Angst. 5 Sekunden. Ah, Digger. Ah, Digger. Komm ich vielleicht da hinten durch? Der hat bestimmt noch einen Blink. Okay. Yo. Alter, schlage ich schnell. Ich mach mal hier die Wave kaputt. Oh, jetzt hab ich kein Glas jetzt bekommen. Okay. Gut. Dann, äh, ich port einmal back. Hol mir den Brimstone. Dann bin ich auch schneller im Jungle. Der kann ja jetzt wieder... ...normal fighten. Ja, das ist auch die Green Buff. Er war schon mal in der Base. Ja gut, Grax war jetzt auch in der Base. Ah, der Gedeon hat sich für nicht leben. Es ist halt blöd, dass der Drongo auch schon einen Kill bekommen hat. Da muss ich jetzt erstmal aufpassen. Und ich hab die falschen Wards dabei. Boah, Digger. Wieder einer tot. Ja, es geht so viel schneller jetzt hier. Oh, komm, 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 komm. Kriegt sie ihn noch? Ne. Ich hab doch keine Mahnung. Doch, sie kriegt ihn noch. Sehr gut. Well, ich hab ein bisschen Kill. Ist auf jeden Fall schon mal was wert. So. Ich warte mal, bis hier... ...bis der Richter wieder da ist. Und dann spotten nämlich auch gleich der... ...ääh, Raptor. Und die River Buffs. Da ist halt von uns jetzt keiner am River. Okay, Level 5. Da wird sich gekloppt. Ich hab die Frage, ob die einen Ward haben. Ob der sich den River Buffs hier geholt hat. Ne, der ist... Oh, der ist hinten bei ihm. Ah, schon wieder tot. Oh, Digger. Der blockt mich des Todes. Äh... Mach den Gold Buff. Ah, ist keiner. Ne, ist keiner da. Hm. Es sind zwei rechts. Ich kann dir leider nichts farmen. Wir hätten den Kill jetzt bekommen. Ich, glaub ich, ne? Schade. Eigentlich... ...hätte ich gewollt, dass der Carry den bekommt. Dass der auch gleich auf ist mit dem anderen Boy. Also, wenn er einfach gestunnt ist. Das ist so geil. Ich muss die Mitte decken. Ich bin so langsam. Okay, der hat schon mal die Hälfte... ...ein Leben verpasst gekriegt. Ich hab' jetzt auch Ulti. Und schneller rotieren. Das ist Steel, aber... Wir haben leider kein Wort am Raptor. Ich hab' jetzt aber auch wieder einen. Aber Canara ist auch auf der Mitte momentan. Oh, der Kai wird ein bisschen gefeedert gerade. Oh, Digga. Wie können denn alle Lanes verlieren? Was soll ich denn machen? Die sehen mich. Das verlieren alle Lanes, Alter. Ach, die Scheiße. Neee. Oh, da ist mir so ein Typ hinterher geballert, ey. Die holen jetzt natürlich... ...100 Picks da in der Mitte... ...und machen dann den Raptor. Alter. Die Solo-Lane muss mitkommen. Ich hab' halt jetzt versucht wegzuhalten. Ich hätt' einfach mich sterben lassen sollen. Das ganze Team ist dahin rotiert. Ja, komm. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Komm auf den Kai. Velika. Okay. Smite sei Dank. Sehr gut. Da ist auch noch einer gestorben. Okay. Das war mal wieder ein Lichtblick, aber es steht trotzdem 5 zu 9. Steht trotzdem 5 zu 9. Wir müssen aufpassen. Okay. Und rechts der Tower ist schon komplett weg. Die enemy Tower ist unter Attack. Ich muss jetzt aber hier schnell mal rein. Ich glaube, ich kann ihn fertig machen. Okay, wir haben dafür den Mid-Tower bekommen. Der Mid-Tower ist auf jeden Fall schon mal wichtiger als der... ...als der rechte Turm. Ich geh' mal weg. Ich kauf' mir jetzt einfach noch ein Brimstone. Ich kauf' mir jetzt alles voller Brimstones. Brimstones. We are Brimstones. De... De... ...De... ...dö... ...de... ...de... ... hadn't we beherrscht. Okay. Das ist so witzig. Einfach zwei Brimstones zu haben. Also einmal die Rüstung und einmal ein Brimstone an sich. Der hat jetzt mal ein Camp gemacht, der Sack. Scheiß Chimera. Wo ist denn deren ganzes Team? Ich pushe hier einfach mal schnell. Die gehen wieder auf die Solo-Lane. Oh, shit. Einer tot, zwei. Das sind drei Leute. Alter. Oh, scheiße. Jetzt habe ich meine Q in der Welt aus Versehen. Okay, der blinkt raus. Oh, der hat ihn bekommen. Dann Mini-Prime. Wenn wir schon hier sind. Komm, Damage, Damage, Damage. Oh, stehen wir Suppe. Schauen wir alle ab. So, ich muss ganz mal schnell... Eigentlich muss ich pushen. Also, eigentlich müsste der... Der Dingsbums hier pushen. Der Crunch. Oh, aber der Raptor kommt wieder. Ich pushe jetzt hier ganz schnell an. Okay, jetzt in die Mitte. Die fighten wieder. Der Raptor ist gleich wieder da und die fighten wieder. Yo, komplette Team wieder im Arsch. Das ist doch... Ich habe keinen Smite. Ah, der fällt einem nix ein. Das wird der Dächtung auch. Alli-Tower, under attack. Your power grows. Quanta Chimera. Ich laufe einfach durch. Der Richtor muss jetzt tanken. Kann ich da rein ulten? Oh, fuck. Ich bin da... Der wollte mich gerade smacken, Alter. Und dann kriegt der einen Hook ab. Nein, der blockt nicht. Oh, baby. A Triple. Ja, da ist Scruggs, aber sind doch ein paar Leute, oder nicht? Der Richtor-Tank. Komm, die anderen kriegen den. Die kommen doch jetzt in den... Oh, der hat ihn bekommen. So, wir haben das Teil. Boah. War gar nicht so... Gar nicht so easy. Zum Glück hat der Grugs einfach nur den... Äh... Den... Dings gekillt. Und ist nicht zu uns gekommen. Ja, gut. Okay, er hat ihn wahrscheinlich auch nicht gelassen, ne? Der Crunch hat... ... ihn wahrscheinlich auch einfach nicht durchgelassen. Ja, was machen die denn da wieder? Ich verstehe es nicht. Ich muss back. Ich muss mir noch ein paar Brimstones kaufen. Der gibt ja auch Leben und Mana. Oh. Man kann nur einen Brimstone holen. Schade. Dann holen wir uns die Flux-Matrix. Ähm... Und Dynamo können wir uns auch kaufen. Oh Mann, ich wollte... Ich wollte ganz viele... ...Brimstones mir holen. Alter, der stirbt ja schon wieder. Oh, der hat mal einen Red Buff gemacht. Jedes Mal. Dann mach das linke Camp. Und dann... ...deff ich einfach die... ...die Mitte Muskel def. Allied Tower. Okay. Also ich hoffe ja aufs Late Game. Aber ich bin halt kein Carry, ne? Mein Carry ist am Reinscheißen wie sonst was. Fünfmal schon tot. Was haben wir da? Your Power grows. Lol. Er hat nicht im Stun gestunt. Ich komm nicht hin. Sie hat den nochmal stunn müssen. Mein Jungle ist gejungelt. Ich kann gerade nicht viel machen, glaube ich. Ich bin jetzt auf dem Watt. Die DIN ist da oben. Okay, 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 okay. War ein schöner Hook, Rickdor. Aber leider ist er rausgekommen. Die DIN ist da oben. Ähm. Geht wieder Deffen. Ist der hier oben? Alter. Was? Das macht ihm nix? Was? Das macht ihm nix? Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Ich kann nix machen mehr. Scheiße. Was können wir noch bauen? Tainted Bastion. Receiving Magical Damage reduces Source Healing. Gain 5%. Nee. Ich hätte gern das Teil, diese Rüstung, die explodiert. Genau. Die hätte ich gerne. Magical Armor. Ich weiß mal, dass es wirklich nicht ist. Okay, wir müssen jetzt die Red War. Also mein Team ist schon sehr schlecht. 0, 9, 4, 6, 2, 5, 0, 4. Also die sind Hammerschlecht alle. Schon wieder einer tot. Jetzt geht die Dings auch noch feeden. Ja, du musst ihn ulten oder so. Woaah. Jetzt werden auch wieder den noch an. Warum hilft mir die Bellica denn nicht? Hast du schon mal Nabish mit Grid gespielt? Nee. Doch, hab ich. Doch, klar. Leute, der ist... Hol dir doch den... Oh, Dicker. Die sind am Raptor. Oh, die kann ich ernst machen, Alter. Die haben ja auch 20 Minuten gebraucht, um da hinzukommen. Der Crunch ist so schlecht, Alter. Der hat 0,10 oder so jetzt. 0,11. Oh, das ganze Team wieder im Arsch. Ich habe das Gefühl, die Bellica ist die einzige, die irgendwas schafft. Ja, ich muss links steppen. Aber die hat mich eben auch verkauft. Machen die Prime. Ah, der wollte hier mal einen Jungle machen. Das muss ich natürlich verhindern. Die machen keinen Prime, oder? Die holen die Mitte. Ja, da steht schon ein Wort. Aber hier steht noch keiner. Die Towers weg. Kommen Minions rein da. Der Goal kommt. Ich bin einfach nur noch hochgehüpft wie so ein Verrückter. Habt ihr das gesehen? Ich bin auf irgendwen gelandet und wieder hochgebounced. Also dieser Glover-Typ, der ist... Also das ist der Schlechteste, den ich bisher gesehen habe. 0,11. Als Offlaner. Lanzer, hätte ich, äh... Hätte ich den... Mit der Ulti den Dings getroffen, hätten wir es glaube ich noch geturnt. Aber der war... Der ist einen Meter aus der Ulti rausgelaufen. Als ich nämlich gezündet habe, ähm, war er noch im Ring. Der ist schon wieder tot. Kannst du dir den nicht ausdenken. Kannst du dir den nicht ausdenken. Ich warte jetzt gerade die 20 Volt noch. Also das ist mit Abstand das schlechteste Team. Der Redbub ist weg. Mein ganzer Farben ist weg. Der Grux, der spielt halt auf Attack Speed. Ich weiß auch gar nicht, was wir das letztes Item bauen sollen. Oh, geht die immer gleich nicht. Oh, shit. Komm da nicht hin. Oh, der kratert mich um, der Typ. Oh, lol. Ich hab ihn in der Luft noch gestunt. Ach, du Scheiße. Kannst du dir den nicht. Boah, slowt der mich? Ich bin immer noch geslowt. Ja, ist wieder einer tot. Die haben ja zum Glück keinen Murdoch. Was macht der Riktos ganz allein auf der rechten Lane? Kann eh nichts kaufen. Was soll ich noch kaufen? Der Char ist... Der Char von Glubber ist auch der schlechteste, wo es gibt. Crunch? Crunch ist doch nicht der schlechteste, den es gibt. Oh, das Ding ist kaputt. Digga, ich seh dich, du Affenkopf. Shield, ready to strike. Du Lappen. Ja, hau mich doch, hau mich doch. Warte mal ab, du. Ich hab leider keinen Blink. Hast du Glück. Boah, den. Dem wieder den Raptor gemacht in der Zeit. Und so wieder alle tot. Joa, ich pushe jetzt in zwei. Der Grux war einfach komplett im Stunlock gerade eben. Also ich kann mir einen Letten... Digga, machst du einen Stil, einen Schaden an der Wave? Ja, ja. Ja. Zwei Level, dann bin ich Max Level. Ich bräuchte doch irgendein Item gegen Grux oder so. Oder irgendwas, wenn ich gestunnt werde. Irgendwie sowas. Ein Anti-CC-Item. Was könnt ihr da empfehlen? Haut mal was raus. Ein Anti-CC-Item. Oder ich baue... Oder von Grux. Ach, scheiße. Ne, der tot. Boah, knoppt der mich um. Ich brauch... Wenn Hit-By-Base-Gedack-Decrease-Current-Base-Gedack... Das... Also ich glaube, ich muss einen Warden bauen. Wie viel kriege ich denn hierfür? 800. Ich baue einen Warden. Lol. Man kann da drüber springen mit den Boots. Das ist ja mega geil. Wir müssen... Wir müssen unbedingt den nächsten Raptor bekommen. Die sind uns ein T2 voraus, aber... Also ich kann jetzt nicht mehr stärker werden. Doch, zwei Level kann ich noch bekommen. So. Ich würde mal sagen, das Team an der Stelle ist da eh wieder tot. Bellica muss das deffen. Die kann das ja deffen. Der kann nix, aber... Ohne Grugs, wenn die keinen Grugs dabei haben. Wenn die jetzt mitziehen würden. Was ist, wenn ich da einfach mal reinpusche? Aber mein Team ist nicht so schlau, dass die die jetzt nicht hier hinkommen lassen. Und hier wird es fighten. Boah, ist sie nicht? Okay, die haben schon mal keinen Carry. Ja, die werden... Die werden einen Inip bekommen. Ich krieg noch eine Wave. Ich krieg das Ding nicht kaputt. Ich krieg's nicht kaputt. Schade. Ich krieg noch der einen Redpuff mit. Jetzt flamen die mich. Ist das geil. Alter. Krass. Das war gut. Boah. Ich komm da nicht raus. Wo kommt der denn her? Der nächste wieder tot. Das ist geil. Der, der beleidigt steht 0,15. Ich gehe links treffen. Ich gehe links treffen. Und dann gehe ich mal weg. Ähm, ich kann mir ein Tank-Item noch holen. Ähm, ich kann mir ein Tank-Item noch holen. Physical Armor, Magical Armor. Und Tenacity ist eigentlich auch ganz gut. Fangtos, Leute. Fangtos, Leute. Fangtos, Leute. Okay. Das war der dritte. Das war der dritte. Das war der dritte. Ab jetzt ist los. Guck mal, wenn wir hier haben. Ich bin tot, aber die haben einen Carry auch. Ich bin so geslowed. Ne. Oh. Na, deren Carry habe ich genommen. Ist der jetzt vom Fire Blossom gestorben? Was ist denn das für eine Range? Ja, kann sein, ja. Weiß nicht, welche Stelle du jetzt genau meinst. 0,5. 0,15. 5, 12, der Carry. 0,6, der Support. Ist der Level 13? Die sind Level 13, Alter. Der Support ist Level 12. Genau, alle in die Kirin holt da rein, ey. Nein, nein, nein. GG. Alter. Ich versuche wenigstens in einen Nip zu retten. Aber die sind noch 40 Sekunden tot. Alter, der ist schon ein Chimera, Junge. Okay, das sollte gedefft sein. Der eine Nip muss ja bald mal wiederkommen. Was ist denn, wenn er seinen Schild aufstellt? Ja, ich muss wieder alleine in eigenen Chor defen, ja. Was soll ich machen? Kann sein, dass wir gerade in den Prime machen. Nee. Nicht fighten. Ich muss einmal weggehen und mich heilen. Kann ich doch irgendwas krasseres bauen, als das, was ich hab? Außer Tonic. Okay, eine Nip ist wieder da. Ich pushe jetzt hier raus. Die lassen sich eh wieder catchen jetzt. Alter, guckt's euch an. Habt ihr ne Map? Gleich flamen sie wieder im Chat, aber haben keine Map. Der Krux, der Krux. Alter, der knottert mich um, der Typ. Jawohl. Er hat weggeholtet. Boah, der hat ihn gehofft. Der hat ihn gehofft. Der Nip ist wieder kaputt. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Oh, nee, Alter. Hä, wie hat denn die den noch gekillt? Ja, wir können keinen. Äh, Raptor, Raptor, Raptor. Wir brauchen den dritten. Boah, es war zu früh. Komm. Damage, damage, damage. Komm, Richter, bruch ich deinen Arsch. Mach doch mal die E an. Okay, wir haben den dritten Raptor. Das ist ja schon mal was. Ich lasse den Jungle bei den Mates. Den kann ich nicht gebrauchen mehr. Außer die Buffs halt, aber sonst. Blossom zu Golems Gift. Ich weiß es nicht. Ich brauche halt Blossom, damit ich ein bisschen... auch ein bisschen Damage mache, weil mein Klee macht wenig Damage. Und eigentlich bin ich ja schon recht tanky. Ich muss den Prime Warden. Können wir den Grax holen? Ah, die können ja aufschließen. Loll! Okay. Wir haben Pick gemacht. Jetzt lass uns pushen. Ah, der... Wir haben links den Indipal wieder verloren. Jetzt gehen die da den Green Buff machen. Und Mitte ist gleich wieder tot. Ich muss zur Mitte. Jetzt fighten wir wieder so lang, bis die anderen wieder gespawnt sind. Und wir können nichts aus dem Pick machen. Alter, wie lange ist man gesilenced? Ich muss courten. Ich muss courten. Ich muss courten. Chimera kommt. Boah, Leute. Jetzt konnten wir wieder nichts draus machen. Wir müssen einfach die Mitte anpushen und dann in der Mitte durchführen. My Claymore. Erste Runde heute. Direkt wieder hier so ein Scheiß. Hat der mal einen Kill gemacht? Nee, 0-16, Alter. Jetzt geht mein Team wieder alleine in die Mitte und kriegt auf den Sack. Ich push jetzt hier nur die... Ich weiß nicht, nur den Slowpush. Falls man das Slowpush nennen kann, ohne, dass wir einen Inip haben. Chimera hier. Wir können nicht auf Zeit spielen. Ah, Crunch ist nicht da. Jetzt hatten wir Crunch Level 16. Okay, der schließt langsam auf. Wenn der wenigstens bald mal Level irgendwas ist... Wir müssen auf D-Word holen. Wir müssen auf D-Word holen. Alter, ich seh gar nichts. Ich bin tot. 17 Sekunden bis... Das war's. GG. Alter, geh den Hut, Quadra. Nur noch Bellica übrig. Kannst du ihn nicht ulken? Was die Leute für ein Mindset haben müssen? 0-17 zu spielen, den wenigsten Farm im Game zu haben und dann noch zu flamen, Alter. Also, den Support erzähl ich jetzt nicht mit. Kein Farm. 0 Kills. Alter. Aber das Match war geil. War ein geiles Match. Ich hab mein Bestes gegeben, aber als Deal kannst du halt auch nicht so carryen, wie wenn du ein Carry bist. Weil dafür mach ich halt zu wenig Schaden. Und... Problem war halt, dass es das komplette Team halt reingefiedelt hat. Und halt nicht nur ein, zwei Leute, sondern das waren halt alle. Bellica war am Ende, die hat noch aufgeholt. Aber die ist auch öfter gestorben, als sie gekillt hat. Naja, RIP. Untertitelung... Bis zum nächsten Mal.